Guten Abend für euch, für euch alle Nummer 200, 3 und 50. Heute ist Montag, Montag der 14. Dezember 2020. Es kommt mir so lange vor, diese Zeit, die vergangen ist zwischen dem Einsprechen, was jetzt kommt, und dem, was gestern am Sonntag früh stattgefunden hat. Ganz merkwürdig. Und da gab es ja einen Nachtrag, ein Adventsgedicht, und das war natürlich von Rainer Maria Rilke. Ja, und deshalb an diesem Montag, der so ein richtiger, typischer Montag war, also, ich weiß nicht, wie es euch ging, und deshalb muss ich meine Petition wirklich schleunigst auf den Weg bringen, dass dieser Montag noch zum Wochenende dazugehört. Und man sich dann auf den Dienstag, der morgen kommt, und wie der Name schon sagt, Dienst bedeutet, konzentrieren kann. Und deshalb gibt es heute einen Rainer Maria Rilke Nachschlag obendrauf. Sage mir keiner, dass ich die Gegenwart nicht liebe. Ich schwinge in ihr, sie trägt mich, sie gibt mir diesen geräumigen Tag, den uralten Werktag, dass ich ihn brauche. Ihre Hand ist stark über mir, und wenn sie im Schicksal unten mich hielte, vertaucht. Ich müsste versuchen, unten zu atmen. Auch bei dem leisesten Auftrag seng' ich sie gerne. Doch vermute ich, sie will nur, dass ich vibriere wie sie. Was will eine Stimme, neben dem neuen Getröhn der metallenen Handlung, drin diese Zeit sich verringt mit anstürmender Zukunft. Auch bedarf sie des Anrufes kaum, ihr eigener Schlachtlärm übertönt sich zum Lied. So lasst mich so lange vor Vergehendem stehen, anklagend nicht, aber noch einmal bewundernd. Und wo mich eines, das mir vor Augen versinkt, etwa zur Klage bewegt, sei es kein Vorwurf für euch. Seht, es wäre arg um das Große bestellt, wenn es irgend der Schonung bedürfte. Nach so einem Gedicht und nach solchen Gedichten bin ich so froh, dass ich das wenigstens lesen kann. Schreiben könnte ich es nie. Aber Gott sei Dank hat es Rainer Maria Rieke ja aufgeschrieben. Ich wünsche euch noch einen Rest, einen schönen Restmontag. Und sage bis morgen. Und wo noch einmal ACT? Und wenn ihr doom verstehst? Entschuldigung. itho. Oder wird eben in der Sachecale THEIR ganz höchst. Höchst Amt. led基gol. euch noch nichts machen. auch nicht gewoh medication Dus